Das ist gegen Krieg, das finde ich gut und im Notfallgewinnen taucht leider aus irgendwelchen dründen das Wortkrieg immer wieder auf. Und ich schlage vor, dass ihr diesen Wort zeigt, wann ihr von ihm haltet. Ihr wisst schon mal ganz gut, aber vielleicht noch ein herzliches Zuhi dazu. Ja, nicht jeder nacheinander, ja, dann wird man morgen noch nicht fertig. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Und jetzt gehen wir dann aber mal so. Sehr gut. Und vielleicht könnten die Damen noch Spinne anfügen, so. Das klingt jetzt auf den ersten Blick ein bisschen sinnlos, aber wenn ihr euch in ein paar Jahren beschäftigt, dann geht es immer noch sinnlos. Egal. Habt mal probiert. Ich verstehe nicht. Ich war heute in der Stadt. Ich hatte Geld dabei, ich wollte einkaufen gehen. Ich war heute in der Stadt, war nebenan. Ich wurde, wollte einkaufen gehen, in der Fußgängerzone. Am besten ich hab und hab mich angepäfft. Und ich kontrat an den Elektro- und Bahngeschäft. Man hatte mich gelockt auf die übliche Weise. Es gibt größte Ausgaben und wenigste Preise. Und die Waffe war größer als das Handbuch. Du hast mir leid. Und du hast jeweils deine Scham. Und du hast mir leid. Und wenn viele anders wollen, hast du den hier begonnen. Und auch mit Beih zu der Lippe genommen. Und das wird auch mit Beih zu der Lippe genommen. Und das wird auch mit Beih zu der Lippe genommen. Und das wird auch mit Beih zu der Lippe genommen. Tja! Und das wird auch mit Beih zu der Lippe genommen. Und das wird auch mit Beih zu der Lippe genommen. Und das wird auch mit Beih zu der Lippe genommen. Und das wird auch mit Beih zu der Lippe genommen. Untertitelung des ZDF, 2020